Die Ballen öffnen sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Sie haben den Ball. G. Lauf. Jetzt wird's gewährlicher. G. abbruchte jetzt haben sie den Ball verloren und jetzt gehen sie über die Flügel. Agüero, da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnt ihr das Spiel richtig fahrt aufnehmen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Zweiter Pfosten. Also jetzt lehnen wir denen nichts mehr zu. Zeigen wir, wer der Herr im Haus ist. Lila. Reto. Ich kann nutzen, langsam. Oh nein. Zentrum, frei. Nein. Nein. Blau, Gang rechts. Blau, Gang rechts. Junusowice. Blau, Gang, gegen. Schön. Schööün. Ich behindere dir. Marcel Kein Risiko Lila Zu sehr in die Mitte gezogen Blau Stürmer Okay Okay Aha, warte Gut, gut Eie Ganz knappe Nummer Ich weiß nicht ob das nicht doch gleiche Höhe war Ja 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 Boah Gott Ja 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 Jenna. Jenna Gosch. Blau, macht die bereit. Jetzt Rücklau. Kütte! Ah, schade. No risk, no risk, no risk. Ammonaco hin, ja. Jenna, komm. Ay, ay, ay. Gute Chance. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Da, das Torfeld wirken Sie nicht beschwert. Ach. Schön. Blau, rot. Er überzeugt heute als Passgeber. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt da an. Schönes Zuspiel. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Drei Minuten geht zum Stopp. So, Ballbesitz jetzt. Oh, schade. Und Blau macht Breite, genau. Gute Flanke. Boah. Hey, klingt sie. Na, schade. Beide Teams waren in der ersten Hälfte der Vorgleich. Es steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten... Okay, geht's ja nicht. Sie lönt extrem viel Platz bei mir auf der 10er Position. Sie haben mir sehr viel Platz zum Kombinieren. Hm? Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Oh, schade. Rückraum. Tschöner, nochmal. Bringen. Boom. Aber da gibt's ja nicht. Weißt du was? Weißt du was mit da immer? Das ist gut. Sie unterstützen den Ball für die Ziele. Da kommt er raus und hält den Ball. Hm. Ja. Okay. Hi, Amma. Ich guck's nicht. Ich guck's nicht. Ich guck's nicht. Ich guck's nicht. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Welche kurze Variante. Nur sei gegeben. Hälfteay. Ich ignorerei. Hälftebacken im Mand range. Das Gelb ist frei. Nicht mehr. Oh, das ist der Jenner. Schön. Da schießt er. Den hat er super. Weil es im Außen gibt Ecke. Die Ecke kommt. Komm mit dem Kopf dran. Aber los. Brillant gemacht. Japsdam. Ok, jetzt können wir einfach cooler spielen. Normal aufbauen. Kein Risikopels, keine hohe Bälle. Jetzt haben wir Führung. Ganz cool bleiben. 2 Stunden noch, dann ist das Spiel vorbei. Aguero. Den Zweiker verliert er. Macht er ihn. Breit. Mache breit. Ah. Fängt diesen Ball ab. Gigi. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Wanne. Gut. Ah, ruhig, 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 ruhig. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Klasse. Er lässt den Ball ab. Da kommt der Schuss. Mit dem Ball hat er gar keinen. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Manchukic. Er nimmt ihm den Ball ab. Er nimmt ihm den Ball ab. Gut geklärt vom Torwart. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt sind sie am Ball. Boah, Jungs. Los. Ach, check's nicht, Mann. Aguero. Da kommt der Pass. Gute Aktion. Bitti. Wird das jetzt gefährdet? Jetzt schießt er. Ja, geht's ja nicht. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Da bekommt er Unterstützung. Und damit sind sie am Ball. Gibt's ja nicht. No risk. Genau. Da passt er auf. Ball geklärt. Boah. Den wir wieder sagen, wo wir hinspielen, Jungs. Ah, das muss er besser lösen. Müsst ihr Geld geben. Jetzt gibt's die Geldergarde. Vertretbar, denke ich. Äh, du. Lange Ball. Ich bin allein vorne. Spiel den Ball kurz. Rechts durch. Oh Gott. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Hanen, Jenna. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Nein, 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 nein. Ganz gleich. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Abbruch, Abbruch. Ach. Ich checke es einfach nicht. Woher kommst du, Kollege? Schick. Hm. Wir brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Man Schuckisch. Ein spannendes Spiel. Bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Gut. Ich muss euch jetzt klären. Ich muss euch jetzt klären. Und das ist der Fall wohl los. Schuss. Äh, G, G. Links. Gib euch mal die Reise. Oh Gott wenn's die asceticere Los Christianity! Ich rieche mich laut. Oh Gott! obi... Und jetzt gehen sie über die Flügel. 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 Und jetzt gehen sie über die Flügel.